... Musik ... Nach so vielen Jahren wieder an der Westen in der Straße auf dem Platz. Was war es für ein Gedanke, was war es für ein Gefühl? Nach Hause kommen, war unbeschreiblich, ich habe viele Leute gesehen, die ich von früher noch kannte, unglaublich. 2005 war ich das letzte Mal hier im Gebäude, habe mich gut zurecht gefunden wieder, war ein bisschen ungewohnt. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich damals gesessen habe, aber jetzt habe ich am Büro, ist was anderes, aber es ist einfach nur mega wieder hier zu sein. Wir haben eine neue Mannschaft, wie wird daraus ein Team? Ja, in dem wir das Vorleben, Trainerteam, alle die drumherum sind. Ich glaube, die Jungs wollen alle eine Einheit sein. Ich glaube, jeder in seinen Vereinen hat auch davon gezerrt, dass man als Team auftritt. Wir sind jetzt gerade eine Mannschaft, sage ich immer so schön, eine Ansammlung von 20 plus minus Spielern. Wir wollen eine Einheit werden und die Einheit ist dann das Team. Aber das werden wir in den Trainingseinheiten erarbeiten, das werden wir im Trainingslager erarbeiten. Und ich bin da guter Dinge, dass wir das schnell hinbekommen. Der MSV ist einer der ganz großen Namen in der Regionalliga. Was erwartest du von den Spielern? Worauf dürfen sie sich aber auch freuen, wenn sie in Zebrastreifen auflaufen? Also ich glaube, dass das Allergeilste ist, wenn wir irgendwann in unser Stadion einlaufen. Das ist einfach so. Die Fans, die werden uns unterstützen. Aber wir müssen natürlich auch vor allem nach den letzten Jahren so ein bisschen in Vorleistung gehen. Wir müssen intensiven, ehrlichen Fußball spielen, harten Fußball spielen, aber auch erfolgreichen Fußball spielen. Das ist unsere Verantwortung. Darauf können die Fans sich freuen. Da werden wir alles im Training für tun. Wir werden jede Trainingseinheit intensiv arbeiten. Wir werden eine Stimmung reinbringen. Jeder, der mich kennt, weiß als Spieler, aber auch als Trainer, ich bin nicht ruhig. Ich werde das immer vorleben. Es wird laut sein. Es wird intensiv sein. Aber ja, wir freuen uns natürlich auf unsere Fans, auf unsere Unterstützung. Das war heute beim ersten Training schon klasse, was hier los war. Und ja, es ist Gänsehaut wirklich. In sechs Wochen fängt die Saison an, rund sechs Wochen. Ob was für ein Fußball dürfen wir uns freuen? Du bist ja musikalisch, hast du gesagt. Ja, ich habe gesagt Heavy-Metal-Fußball. Also schon nicht wild, also es ist schon geordnet. Wir werden schon eine vernünftige Taktik haben, aber es wird intensiv sein. Ich erwarte, dass wir uns in jeden Zweikampf reinhaben. Dass wir, dass wir hohes Tempo gehen, sowohl mit Ball, aber auch gegen den Ball. Dass wir, dass wir immer ins Pressing gehen. Dafür brauchen wir eine absolute Fitness. Die werden wir uns, wie gesagt, in den sechs Wochen erarbeiten. Und dann will ich Action sehen. Also ich bin schon einer, der, der lieber 1-0 gewinnt als 5-4. Aber trotzdem, das hat gar nichts mit Defensiv-Fußball zu tun, sondern es soll alles kontrolliert sein. Aber wir wollen offensiven Fußball spielen. Wir wollen vorne drauf gehen, möglichst den Gegner unter Druck setzen und einfach Vollgas geben. Vielen Dank. Vielen Dank, viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.